Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei CLP Tutorials. Mein Name ist Christoph und in diesem Video geht es um ein kleines Update des Speedport Pros. Und zwar hat er mit der neuen Firmware zwei neue grundlegende Funktionen bekommen. Das ist einmal WLAN Mesh und das andere ist eben eine VPN-Funktionalität. Das heißt, wir melden uns jetzt erstmal an der Weboberfläche des Speedport Pros an, die es geführt mit dem Gerätepasswort. Damit sind wir hier in der Weboberfläche und haben eben alle grundlegenden Informationen vorliegen. Neu ist wie gesagt WLAN Mesh und VPN. Das findet man beides im Bereich Netzwerk. Hier im Bereich Netzwerk haben wir jetzt hier einmal die Mesh-Einstellungen und die VPN-Einstellungen. Wir gehen mal ganz schnell in die Mesh-Einstellungen. Wie sieht das Ganze aus? Vom Prinzip her ist es ganz einfach. Wir haben hier keine Funktionen, die wir konfigurieren können, sondern Mesh ist eben sofort aktiviert. Aber wir haben jetzt eben die Möglichkeit, in Kombination mit den Telekom Speedhome WiFi, Access Points oder Repeatern, eben hier ein Mesh-Netzwerk aufzubauen. Dazu müssen diese Access Points oder Repeater einfach per WPS mit dem Speedport Pro verbunden werden. Also so wie man das bei allen anderen Herstellern eben auch kennt. Sobald wir mindestens ein dieser Speedhome WiFi-Systeme eben mit dem Speedport Pro verbunden haben, ändert sich hier natürlich die Ansicht und wir bekommen hier eben eine Darstellung, wie die einzelnen Mesh-Systeme untereinander verbunden sind. Hierbei sind eigentlich nur zwei Sachen wichtig. Einmal eben, dass man maximal fünf Speedhome WiFi-Systeme mit dem Speedport Pro koppeln kann. Und das Zweite ist, dass diese immer genau wie bei zum Beispiel AVM eben nur per WPS verbunden werden sollen. Das heißt also per WPS, damit eben hier die Mesh-Funktion dann funktioniert. Der Speedport Pro eignet sich natürlich super für den Einsatz als zentralen Punkt hier in einem Mesh-Netzwerk, einfach weil er natürlich mit den acht Spatial Streams im 5 GHz Frequenzband extrem viel Bandbreite, extrem viel Durchsatz eben bereitstellen kann. Das ist natürlich sehr praktisch. Und er kann natürlich über die acht Spatial Streams auch an mehrere Access Points beziehungsweise Repeater des Typs Speedhome WiFi eben parallel Daten senden. Dadurch hat man eben hier eine hohe Effizienz und natürlich auch einen hohen Datendurchsatz. Das wäre das erste Thema. Ich denke mal, damit ist soweit alles gesagt, was man zum Thema Mesh hier im Speedport Pro sagen kann. Und jetzt schauen wir uns die viel interessantere Funktion an, und zwar das Thema VPN. Dazu gehen wir wieder in den Bereich Netzwerk und dann virtuelles Netz in Klammern VPN. Vom Prinzip her ist auch hier die Konfiguration extrem einfach. Wir haben hier vom Prinzip her defaultmäßig nur einen einzigen Haken, den wir setzen können, und zwar VPN verwenden. Dann vergeben wir hier noch ein Passwort. Weitere Informationen wie der Benutzernamen und der Pre-Shared-Key werden automatisch generiert. Diese können wir selber eben nicht erstellen. Mit Erneuern lässt sich der Pre-Shared-Key eben neu generieren. Dieser Pre-Shared-Key wird komplett automatisch generiert. Das heißt, dieser ist natürlich sehr sicher, was ich schon mal auf jeden Fall in einem Privatkundengerät begrüßenswert finde, weil eben viele Privatkunden doch dazu hingehen, eben einfache Kennwörter zu verwenden, wie man das hier auch jetzt nochmal beispielhaft beim Passwort sieht. So ein Passwort sollte man natürlich nicht verwenden. Neben der Konfiguration sind natürlich noch ein paar andere Punkte hierbei interessant. Punkt Nummer eins ist, auf welchem Dienst basiert das Ganze? Der Speedport Pro verwendet ja im Unterbau ein Linux-Betriebssystem, und hier wird für die VPN-Funktionalität die bekannte Open-Source-Lösung StrongSwan genutzt. Also eine renommierte und sehr leistungsfähige IPSec-Implementierung. Das ist schon mal sehr cool. Dann zweiter Punkt ist, wir haben natürlich im Speedport Pro leistungsfähige Hardware. Wenn man sich im Internet so ein bisschen erkundigt, findet man relativ schnell heraus, dass es sich wahrscheinlich um eine Intel NPU handelt. Genauer gesagt um eine Intel Anyvan GRX 750 Network Processing Unit. Das heißt, wir haben hier eben ein leistungsfähiges x86-System im Hintergrund, das eben auch über eine AIS-Befleunigung verfügt. Ich habe die Performance ganz schnell mal getestet. Hier hat man natürlich nicht so gute Testmöglichkeiten, weil wir einfach so gut wie keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten haben. Das heißt, es ist hier nicht ohne weiteres möglich, eine Testumgebung aufzubauen, wo wir eben ganz bequem über eine Ethernet-Verbindung eben das VPN, beziehungsweise die VPN-Performance testen können. Deshalb habe ich das einfach an meinem Internet-Access nachgestellt. Dort ist man dann natürlich durch den Upload limitiert auf maximal rund 40 Megabit. Beim VPN-Durchsatz erreichen wir dann netto so rund 30 Megabit. Das heißt, wir sind ja schon ziemlich an der Grenze von dem, was der Upload hergibt. Einfach, weil es kommt natürlich bei VPN und so weiter natürlich noch ein Overhead drauf, der natürlich dann auch nochmal einen gewissen Datendurchsatz frisst. Deswegen sind dann 30 Megabit eigentlich ein sehr, sehr guter Wert. Ich vermute mal, wenn man eben zum Beispiel einen FTTH-Anschluss mit 100 Megabit oder natürlich noch mehr Upload besitzt, dass man da eben nochmal deutlich höhere Werte erzielen kann. Einmal, weil die Hardware-Leistung des Speedport Pros natürlich von Haus aus mit einer x86 CPU schon sehr leistungsfähig ist und zusätzlich eben auch noch die AIS-Befleunigung existiert. Ob die genutzt wird, kann ich hier natürlich nicht sagen. Was noch wichtig ist hier beim Thema VPN ist ganz klar, der VPN-Zugang ist nur für einen Nutzer geeignet. Wir können hier keine weiteren Benutzer anlegen. Also nur dieser Speedport VPN-User existiert hier und ich habe das Ganze auch extra mal durchgetestet. Das heißt, ich habe mir drei Clients genommen. Die haben sich hier mit dem VPN-Tunnel eben alle mit den gleichen Daten verbunden und es wird immer nur der erste Client akzeptiert. Das heißt also, der erste Client kann die Verbindung aufbauen und die anderen Clients können eben keine VPN-Verbindung dann mehr aufbauen. Sobald der erste Client dann die VPN-Verbindung abbaut, also zum Beispiel die VPN-Verbindung am Client deaktiviert wird, kann sich der nächste Client natürlich hier wieder anmelden. Das heißt hier natürlich ganz klar, es ist eben nur möglich, sich mit einem User hier in das lokale Netzwerk einzuwählen. Das ist natürlich ein gewisser Nachteil und auch schade, weil eben die Hardware-Performance hier deutlich mehr hergeben würde. Ja, dann kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Ich habe ja schon erwähnt, dass StrongSwan hier als Implementierung verwendet wird. Auch hier wird leider Potenzial in meinen Augen zumindest verschwendet. Also wir haben ja auf der einen Seite hier diese sehr, sehr leistungsfähige IPsec-Implementierung, aber können hier eben keine tieferen Einstellungen tätigen. Das finde ich ein bisschen schade. Da könnte man mehr machen. Hier zum Beispiel wird nur Internet-Key-Exchange Version 1 verwendet, eben mit oder im Main-Mode. Man hätte hier zum Beispiel auch noch Internet-Key-Exchange Version 2 implementieren können, was der StrongSwan IPsec-Server eben auch hergeben würde. Also von daher hätte man hier wirklich noch ein bisschen mehr machen können. Dass da noch tiefere Konfigurationsmöglichkeiten kommen, halte ich aber für unwahrscheinlich, einfach weil es sich hierbei natürlich um ein Privatkundenprodukt handelt und man das Produkt natürlich möglichst einfach in der Bedienung und der Konfiguration halten möchte, was auch beim Speedport Pro bisher auf jeden Fall gelungen ist. Kommen wir noch ganz schnell zur Konfiguration eines VPN-Tunnels hier. Vom Prinzip her erstmal hier im Speedport Pro ganz einfach. VPN verwenden, aktivieren, ein eigenes Passwort definieren und eben Benutzername und Pre-Shed-Key notieren. Hierbei ein kleiner Tipp zum Thema Pre-Shed-Key. Das ist manchmal hier nicht so gut zu erkennen, ob es sich zum Beispiel um ein großes I oder ein kleines L handelt. Das heißt, hier an der Stelle ist das Potenzial da, dass man eben ein paar Eingabefehler macht. Am einfachsten ist es, ihr kopiert euch den Pre-Shed-Key schnell in ein anderes Textverarbeitungsprogramm und schreibt den dann entsprechend ab. Das ist die einfachste Lösung oder ihr probiert es eben, falls es mal nicht funktionieren sollte, eben mal anstelle von großem I zum Beispiel mit kleinem L. Die Konfiguration am Client ist dann relativ einfach. Das ist in der Anleitung des Speedport Pros relativ gut für die verschiedenen Systeme beschrieben. Auch hier gibt es noch mal eine Übersicht dazu, was für Proposals das System verwendet und so weiter. Ich denke, an der Stelle gehe ich da nicht weiter darauf ein. Wer das Ganze konfigurieren möchte, der nutzt dazu am besten dann die Anleitung. Ich habe das Ganze auf den verschiedenen Systemen getestet und es hat auch hier mit allen Systemen funktioniert. Einzig beim Thema Android sollte man immer gucken, die Implementierung, die die unterschiedlichen Android-Systeme verwenden, sind nicht unbedingt identisch. Das heißt also, gegebenenfalls könnte es da zu Problemen kommen, wenn eben euer Android-Endgerät da eben nicht die entsprechenden Funktionen bietet. Hier kann man dann natürlich auf einen alternativen IPsec-Client setzen. Zum Beispiel den gern verwendeten NCP-Client, den man im Play Store kostenpflichtig kaufen kann. Das wären soweit die Details zu den neuen Funktionen im Telekom Speedport Pro. Abschließend noch ein zusätzliches Fazit als Ergänzung zum Speedport Pro-Test und zwar einmal natürlich zum Thema Mesh. Das ist vom Prinzip her ganz einfach. Es war auch absehbar, dass das hier noch integriert wird, da auch andere Telekom Speedport-Systeme eben die WLAN-Mesh-Funktionalität besitzen. VPN ist für mich ein wenig unerwartet, dass das hier noch nachgereicht wurde, einfach aus dem Grund, da es sich um den ersten Telekom Speedport handelt, der jetzt eine VPN-Funktionalität hat. Die Implementierung als solches ist von ihrer Grundarchitektur, also StrongSwan, eben sehr mächtig. Auch die Performance ist auf Basis der leistungsfähigen Hardware eben sehr, sehr gut. Im Vergleich zu einer Fritzbox kann hier eben ein deutlich höherer VPN-Durchsatz erzielt werden, was auf jeden Fall begrüßenswert ist. Auf der Gegenseite haben wir eben ein paar Nachteile. Das wäre zum einen, dass sich eben nur ein VPN-User hier verbinden kann. Wir können keine weiteren VPN-User anlegen. Das finde ich persönlich ein bisschen fade. Da würde ich mir mehr wünschen. Dann können wir keine Side-to-Side VPN-Tunnel anlegen. Halte ich im Privatkundenumfeld für verkraftbar. Das ist eine Funktion, die eher seltener im Privatkundenumfeld zum Einsatz kommt. Zudem gibt es natürlich dann auch noch den Nachteil bei Privatkundenprodukten. Sollten das in der Regel natürlich dann auch vergleichbare Systeme sein, weil wir ansonsten gar nicht ausreichend tiefe Konfigurationsanpassungen eben vornehmen können, um hier eben zum Beispiel den Speedport Pro mit einem entsprechend professionellen Gerät zu verbinden. Also von daher halte ich das auch für verkraftbar. Ein paar mehr tiefere Einstellungen hier für die VPN-Funktionalität würde ich persönlich natürlich gerne sehen. Aber ich kann verstehen, wenn man das Produkt eben hier möglichst einfach halten möchte. Damit sind wir hier am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal.